Heyo Leute, CryMix hier, was geht da mit Paul Berger? Wir werden heute mal gemeinsam Slither.io spielen, meine Freunde. Ich hab richtig Bock, Leute. Ich glaub, Slither.io kennt jeder. Hab ich sogar damals manchmal im Unterricht gezockt, Leute. Aber macht das nicht nach, passt im Unterricht lieber auf, sonst endet ihr noch wie ich jetzt hier. Auf jeden Fall, Leute, werden wir mal Slither.io spielen. Schreibt auch gerne weitere IO oder Minigames mal in die Kommentare, was wir als nächstes spielen sollen. Ihr wisst ja, hier auf dem Paul-Berger-Kanal, da können wir alle Games immer testen. Da hab ich immer richtig Bock drauf. Wir nennen uns hier natürlich iCryMix, Leute. Dann können wir hier noch einen Skin auswählen. Wir haben hier einmal so den ganz normalen oder hier den PewDiePie-Skin, den Chelly-Skin. Ey, Slither.io, wann kommt hier der iCryMix-Skin, Junge? Das Logo-Skin. Okay, das hier, das hier. Wow, was sollen wir für einen Skin nehmen? Hier, mit so Flaggen gibt's hier auch noch Argentinien und so. Ich will hier einen coolen Skin. Sollen wir den einfach blau machen? Komm, wir machen den einfach blau, Leute. Let's go. Und Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Game. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und, oh, wir sind hier noch ein richtig kleines Würmchen. So, wer ist hier Platz 1 gerade hier auf der Map? Wir wollen natürlich heute Platz 1 werden. Das ist hier unsere Mission. Platz 1 hat hier gerade 20.000 Punkte schon. Uiuiui, okay, okay. Also wir müssen, äh, da müssen wir echt noch ein bisschen üben. Oh, da ist ein größerer Wurm. Da müssen wir aufpassen. Wir sind hier unten rechts auf der Karte, sehe ich. Wir sind mehr so rechts auf der Map. Okay. So rechts mittig. Uiuiui, der ist hier auch schon ein Flitzer. Ach, wie geht das nochmal? Wie kann ich nochmal so schneller? Ah, da muss ich Maustaste gedrückt halten. Genau. Okay, wichtig, Leute. Dieser schnelle Modus, den muss man manchmal akzeptieren, äh, äh, aktivieren. Den Kämpfen. Okay, wie viele Punkte haben wir unten? Links sehen wir unseren Punktestand 130 aktuell. Ist auf jeden Fall noch nicht so viel. Wir müssen hier erstmal so ein paar normale kleine Punkte aufsammeln. Uns erstmal so ein bisschen, ja, was anarbeiten. Und dann können wir damit kämpfen. Ich glaube, der hier will ein bisschen biefen da oben. Kann das sein hier, der Pinke? Willst du Stress oder was hier? Komm schon. So, man braucht natürlich erstmal ein paar, ein bisschen Punkte, Leute. Damit man die Punkte dann auch verknallen kann. Weil wenn man so boostet, dann verliert man auch wieder Punkte. Das heißt, das kostet wie so Sprit. Also man muss erst hier so ein bisschen sich Sprit anarbeiten. Und dann kann man nämlich auch gut kämpfen, Leute. Okay, jetzt haben wir hier fast 200 Punkte. Ja, 200. Also ich glaube, so langsam, wenn hier mal jemand in unserer Größe kommt, dann können wir hier den ersten Zweikampf annehmen. Oh, 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 okay. Der ist ein großer. Das hier schon größer. Auf den müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Wow, okay. Oha, der ist ja viel größer als wir. Oh, da kommt noch einer angeflitzt. Eine kleine Flitzebiene hier. Sollen wir versuchen, den Hops zu nehmen? Sollen wir einfach versuchen, den anzugreifen? Oh Gott, aber der ist richtig, also der ist schon gefährlich. Der ist schon gefährlich, Großleute. Umso größer die sind, desto eher ist halt natürlich auch... Oh, will der mich hier einkästen oder was? Desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die das Ding gewinnen. So. Oh, Leute, wir müssen ihm irgendwie an seinem Kopf abschneiden. So. Bam. Ey. Alter, ey, komm schon. Komm mal her, Junge. Traust du dich nicht oder was? So, den haben wir gerade hier fast Hops genommen. Ich glaube, aber jeder... Er hat mich Hops genommen. Er hat mich Hops genommen. Leute, es liegt an dem Skin. Wir brauchen einfach einen anderen Skin. So, wir machen jetzt hier den grünen. Jetzt werden wir hier jeden Hopsen. Ich sage euch, wie es ist. Alter, der Platz 1 hat hier 27.000 Punkte schon. Das ist ja komplett geisteskrank. Das Problem ist aber auch, wir haben bis jetzt hier... Wir haben bis jetzt hier nicht so viel... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben bis jetzt hier nicht so viel Glück gehabt. Weil oftmals eigentlich kann man hier so ein bisschen absneaken, würde ich mal behaupten. Wenn hier gerade jemand so Hops genommen wird. Oh, der ist auf Tarnfarben, auf Tarnmodus hier angelehnt hier. Der dunkelgrau-andrazitfarbene hier. Ja, danke für deine Punkte. So, genau, Leute. Jetzt nur noch so. Alter, okay, jetzt haben wir schon 360, 400 Punkte. Also, das ist jetzt hier schon quasi unser persönlicher Bestrekord. Weil die ersten Runden hier so absolut schlecht waren. Okay, oh, der Lilane hier ist big. Auf den müssen wir aufpassen. So, hier, was mit dem denn? Was ist denn hier mit dem? Was ist denn hier mit dem? Was ist denn hier mit dem? Woo, Baby. Okay, okay, er wollte kurz beefen. Er wollte hier kurz Battle machen. Er wollte hier kurz ein kleines Battle machen. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Er will, er will's beefen. Ja, komm doch her, Junge, komm doch. Ich habe keine Angst vor dir. Woo, Baby. Schauen wir mal, wer einen längeren Boost hier haben kann. Ich habe auf jeden Fall mehr Punkte als er aufgeladen. Wir haben jetzt fast 500 Points. Damit kann man ja schon mal ein bisschen arbeiten. Oh, der Platz 1 ist raus hier, Leute. Jetzt der Platz 1 hat nur noch 18.000 Punkte. Ich sehe hier gerade nichts. Hier passiert gerade nichts. Hier ist nichts los. Wir gehen jetzt mal irgendwo hin, wo ein bisschen mehr los ist. Mehr so hier in die Mitte vielleicht. Oh. Wow. No. Junge. Wie knapp war das denn jetzt? Also wir haben das Game ja schon manchmal im Stream gezockt. Da war ich irgendwie besser, Leute. Aber wie gesagt, ist auch gerade, ist auch immer so ein bisschen Glückssache. Trifft man jetzt hier, kann man direkt irgendwo so ein bisschen absneaken. Das sind hier für Sweater am Start. Geh mal den an, Alter. Okay, der ist schon hier sehr, sehr groß. Wir sind hier noch absolut klein gerade. Gerade mal 50 Punkte. Ein richtig kleiner Wurm sind wir hier. Ich will hier der Größte werden. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Wow. Er wurde Hops genommen. Er wurde Hops genommen. Hier müssen wir mitmischen. Hier muss man... Wow. Wir haben einen Hops genommen. Wir haben einen Hops genommen. Wow. Okay, okay. Wir konnten jetzt hier nicht allzu viel absneaken. Aber zumindest 400 Punkte. Hier ist halt sehr viel los gerade. Sehr, sehr gefährliches Gebiet hier. Sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr... Wow. Okay, wir haben noch einen. Den kleinen hier. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich hier. Ganz gefährliches Gebiet hier gerade. Ganz gefährlich. Ey, Bro, die nehmen sich hier wirklich aber auch gerade alle gegenseitig Hops, ne? Das ist das, Leute. So und so ein Ding. Davon habe ich gerade gesprochen. Davon habe ich gerade gesprochen. Okay, der hat sich hier geopfert. So, 600 Punkte haben wir. Schaffen wir es diesmal mal vielleicht auf die Tausender hier. Wow. Wow, 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 wow. Die machen hier diese gefährliche... Diese schnelle, ganz gefährliche Technik. Gehen wir mal ein bisschen raus. Oh, der kommt... Hier kommt ein dicker Wurm. So, hier nochmal ein paar Punkte mitnehmen. Okay, Leute. Wo ist unser nächstes Opfer? Wen können wir als nächstes wegsneaken? Den Sneaker? Oder wo... Einen dicker, hier werden die ganze Zeit ein Würmerhops genommen. Wow, 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 wow. Ja, Baby. Oh mein Gott, 1000 Punkte haben wir. Guck mal, was das aber jetzt schon hier so... Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Wow, 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 wow. Das ist jetzt hier eine gute Round hier. Jetzt läuft hier der Ase. Okay, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen aufpassen. Ich werde hier langsam schon... Man wird hier schon langsam so ein bisschen nervös, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die nehmen sich hier gegenseitig alle hops. Man muss jetzt hier wirklich aufpassen, wie man... Was man hier macht. Der Typ kommt ja an. Wo kommt dieser Typ denn jetzt her? Wo kommt dieser Typ denn jetzt auf einmal her hier? Das wird jetzt hier die Runde der Runden. Ich werde jetzt hier... Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt hier ganz ruhig machen. Aber es war nur angetäuscht. Ich werde doch nicht ruhig machen. Wenn ich diese... Wenn ich hier die leuchtenden Punkte sehe, dann muss ich einfach drauf gehen. Dann muss ich einfach drauf. Okay, nice. Okay, nice, Leute. Das wird jetzt hier die Runde der Runden. Wir haben hier direkt einfach 400 Punkte geschenkt bekommen zum Anfang. Ist jetzt nicht super mega viel, aber ist auch nicht wenig. Okay, wir machen hier kurz ein bisschen Farmen. Kurz ein bisschen auf Farming-Tour gehen. So, so nicht du hier. So nicht. Okay, mein persönlicher Rekord war ja bis jetzt irgendwie 1200. Also das geht auf jeden Fall... Oh, da... Das geht auf jeden Fall noch besser. Das geht auf jeden Fall noch besser. Ah! Ha, 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 ha! Woohoo! Ja! Ein Hops genommen. Hops genommen! Oh mein Gott. Okay, wir müssen hier rausmanövrieren. Rausmanövrieren auf ganz entspannt. Oh, der ist groß. Der will uns hier einkesseln. Ich glaube, er will hier die Kessel-Technik machen. Okay, wir erstmal jetzt hier wieder ein bisschen rausmanövrieren. So, ein bisschen hier raus. Oh, wow, 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 wow. Okay, wir haben wieder die 1000 Punkte. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Ruhig, jetzt hier ruhig machen. Wir machen hier ein bisschen hier, das ist auch immer Trick 17, wenn man jetzt hier so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Die Panzertechnik nenne ich das. Auf jeden Fall hier haben wir schon eine gute Größe. Boah, okay, stark. Er hat hier einen eingekesselt. Wir können auch langsam hier Leute so ein bisschen auf Einkesselungsbasis Hops nehmen. Zum Beispiel den jetzt hier, den hier, den hier, den hier. Jetzt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Gefährlich. Der andere will mich mit einkesseln. Er will hier die doppelte Einkesselungstechnik machen, aber so nicht. Wir sind auch ein Jäger. Wir sind ein Fleischfresserwurm. Das hier ist unser Jagdgebiet. Jetzt hier full Fokus, full Fokus. Also mein Rekord gerade eben war ja 1200 irgendwas. Wir sind jetzt bei 1150. Sollte machbar sein, sollte machbar sein. Wir müssen jetzt nur noch einen einmal so ein bisschen hopsen. Wir sind jetzt hier wirklich auf so einem guten Level, wo wir jetzt hier richtig krass was machen können, wenn wir einen etwas dickeren hopsen würden. Man braucht nur einmal diese Größe, wo man so richtig Leute einkesseln kann. Ich würde sagen so 2000 Punkte. Also jetzt nochmal so das Doppelte von dem, was wir haben. Ich glaube, dann macht es hier richtig Spaß. Okay, wir sind jetzt hier wieder in der Mitte. Hier ist immer richtig viel los. Wir gehen jetzt hier nochmal, ich gehe jetzt einfach volles Risiko, Leute. Entweder ich kriege jetzt hier übelst krass viele Punkte oder das war es halt. Dann ist das halt so. Wow, wow, wow. Die wollen hier, die sind hier alle sehr, sehr kampflustig. Die wollen hier fighten, Leute. Das sind hier so Kampfwürmer. Ey, hier passiert gerade nichts. Hier hat gerade jeder Angst irgendwie. Keiner will hier gerade verkacken. Meine, meiner, 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 meine Punkte. Meine Punkte, Junge. Weg da, weg da, weg da. Meine Punkte. Ich habe ihn hops genommen, deswegen darf ich ihn auch hier ausschlachten. Boah, der Rote hier ist sehr, sehr groß. Auf den müssen wir aufpassen. Okay, 1600 Punkte, wichtig. So, den haben wir jetzt, wir haben ihn im Kessel. Bam, easy. So, Leute, jetzt seht ihr, was ich meine. Wir haben jetzt diese Größe. Wenn wir die Leute dann so eingedingsst haben, so eingerollt, dann können die ja nichts mehr machen. Weil dann ziehen wir das immer ein Stück weiter zu. Dann machen wir das immer enger. Sehr gut. So, wer ist hier unser nächstes Opfer? Wer ist hier unser nächstes Opfer? Der hier? Bist du das nächste Opfer? Ja. Wer ist das nächste Opfer? Der andere wollte mich dafür noch einkesseln. Nein, ey, Mann, diese kleine Ratte, diese kleine Ratte. Aber egal, 2300 Punkte. Leute, das soll es gewesen sein. Wenn ihr mehr von diesen IO-Games sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo daumen. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer CryMix. Bis dahin, haut rein, 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 haut Untertitelung des ZDF, 2020